So, weiter geht's. Ähm... Ja, man merkt, dass ich ganz gut glaube, dass das Spiel spontan abgelöst wird. Genau. Also alles, was vor dem Speichern, also vor dem Zelt, Meister damit auch so passiert ist... Alles, was dann passiert ist, ist weg. Ja. Ich hab nochmal die Meisterquote und alles, und joa... Ach, und nun hoffentlich läuft's jetzt reibungslos. Ja, also ich... mein PC ist komplett... Okay... Moment... Ich versuche, dass du einfach mal... Ach doch, was... Kann ich mich mal verändern... Beko, weg! Yo, und zwar richtig! Taugt! Die Rache war gut! Der Fels verteidigt, natürlich! So... Also... Der Wappen kommt drauf! Pff... Ob das passt? Naja, mal sehen... Mhm... Rennen... Rennen... Gleich hab ich Glück und bekomm noch mal Eiweiß und mach was an! Mal schauen, sehen wir denn! Mal schauen, sehen wir denn! Aber ich sag gleich, ich hab nochmal abkacken, das kann dauern! Japp! Da hab ich dann auch keine Lust mehr drauf! Hm... Doch, gerade keine Frage! Die berechnung schnell! Keine Halt! Wahrheit! Ja... So... Sie müssen uns aber ja... Der ist nicht irgendwie! Der ist nicht irgendwie! Der ist nicht irgendwie! Ich bin gerade nicht mit dem... Wo? So... Ja, da kann's da oben! So kann man abgehen! Ouh... Boah, der geht kauf. Jo. Einschlag. Eko, jetzt mach ich das. Eko schafft das. Der kann das. Und Auto-Attacks. Und Nina macht den Fettel nicht mehr. Und wenn ich die mit Feuer angreifen würde, boah, hätte die auch nicht gemacht. Ich hab da eine gesagt, die habe ich nicht gefreut, der ist eine Kampfaufnahme. Und zwar, ich wusste, bevor ich an diesen Kampf freigegangen bin, kam ein Kampf. Und noch bevor der Kampf begann, wurden alle meine Leute zusammengefasst. Genau. Ich glaube, ich war ungefähr hier, als das Spiel abkann. Japp. Gerade wo Peko was Schönes gemacht hat. Das Spiel abkann. Kommt drauf. Dankeschön. Ja. Ich kann doch dich die auf den Seiten-Watt-Top-Schreiben, ja. Watt-Top-Gesicht. Genau. Ah, super. Rennen. Wieder verstärken. Eko. Ui. Gut ausgewichen. Japp. Und kein Schaden. Schade. Der Storffall. Frost. Und das war's. Der Gegner muss drauf gehen. Und das war's. Und Ryo beendet. Und Ryo beendet. Ja, ich bleib ab. Riko, ey. Oh. Ach, Ryo hat zu ihm beleben gelernt. Ach so war das. Oh man. Ein einziger Punkt. Ney. Ab in die Höhle. Oh, hier ist abgeschlossen. Hier. Hier, Dickel. Kommt noch mal nach Abschluss. Bitte nicht nochmal. Oh, hei, Arsch. Nein. Ich glaube, ich will das nicht so schnell wieder. Da hab ich nichts dabei. Nein, danke. So gut, ich glaube. So, aber gut. Oder 26 ist doch okay. Also so schlecht ist es. Rache. So ist Schaden. Oh, ein Schaden. Einen, yeah. Home. Das sieht leichter als so'n, äh. Geil. Das wäre auch gut gewesen zum Spiel, ne? Weil, äh, es haut hier rein, macht aber keinen Schaden, damit er dich reinhauen könnte, reinhauen könnte, reinhauen könnte, reinhauen könnte, reinhauen könnte. Beim Ablauf ein, ne? Mhm. Dann hätte ich die Abwehr gut gezogen, keine Zweifel sehen. Merkt man sich dann fürs nächste Mal. Bringt das mehr, wenn man das nochmal drauf packt? Brennen? Ne, ich glaube ich hab's noch mitgemacht, weil ich hätte auch die extra runter. Du hattest es gemacht. Ja? Hattest du die extra runter? Ja, hattest du. Sehr gut, hat Kiko nochmal ne Heilung. Jo, frostnose Heilung. Ja, war eh in Abwehr. Jo. Jo. Einen! Schaden! Und alle nochmal angreifen, am besten. Mit Frost ist er fotsch. Jo. 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 Boah ja. So. 기다� nouveaux Torsten Ja. Wo Vas, doch... Jo. Mh... Nach oben gehen wir brauchen... ...das Gehen! Boah... So, zeigen wir nochmals, wie wir stärker werden. Mh... Yeah! Wird er noch stärker! Mh... Damals ist er sich da auch nicht. Ich bin ja noch... Scheiße! Das ist nicht gut! Das haben wir nicht viel! Ja... Oh... Vor allen Dingen bei Nina! Hm... Ich würde sagen... ...weiß nicht gut... äh... ...perfekt noch... Einmal einen Eissturm drauf und dann... Opsch! Nein! Oh, Mist! Dump! Yup! Du hast... Was hast du dir da noch gegeben? Dieses Grog... ...Drain... ...ihr, was du mir da noch gegeben? Das hat allen die Gank der SP-Ding? Wie fühl war das aus? Hä? Jetzt ist ihre SP geschwächt, das ist scheiße. Jo. Ja dann. Ich schätze nur, wir sollten erst Drachen gehen holen und dann noch einmal zurück gehen. Können dabei ja noch ein bisschen leveln. Wir haben schon keine Power. Oh. Das komische ist, ich höre dich auch kaum noch. Okay. Scheiße. Nee. Äh, wie ist dein Internet ab? Ich weiß es nicht, könnte sein. Eigentlich zeigt es mir eine gute Verbindung an. Wollen wir auch gleich leiser? Nein, du wirst nicht leiser, du kommst abgehackt drüber. Äh. Nö. Das ist ja gerade das komische daran. Das war richtig abgebild. Ich hoffe nicht. Nö. Ich werde doch jetzt nicht kommen darf. Ok, ich mach an der Stelle mal kurz einen Cut und nehm den Anruf an.